Aufgrund des gestiegenen Zinsumfeldes ist das Thema Anleihen für viele wieder deutlich interessanter geworden. Und gerade der Kauf von einzelnen Anleihen verspricht aufgrund der fixen Laufzeit planbare Renditen. So können gerade Staatsanleihen mit einer guten Bonität eine Alternative für alle diejenigen darstellen, die keine Lust auf dieses ständige Tagesgeld-Hopping haben. Denn die Tagesgeldangebote, mit denen die Banken gerade wieder verstärkt werben, sind in der Regel nur für Neukunden und auch nur für einen gewissen Zeitraum gültig. Also wie kauft man nun eine Anleihe? Wie man Anleihen-ETFs kauft, werden die meisten sicherlich schon wissen, aber wie kauft man nun eine einzelne Anleihe, wenn ich von diesen planbaren Renditen profitieren möchte? Also nehmen wir einfach mal an, wir haben ein wenig Einkapital gespart, das für einen Immobilienkauf in ein bis zwei Jahren genutzt werden soll. Bis zu diesem Zeitpunkt soll das Geld noch sicher irgendwo geparkt werden, aber auch ein wenig Rendite abwerfen. Das heißt, wir müssen das Geld zum einen sehr sicher anlegen und zum anderen müssen wir auf das Geld planbar in der Zukunft wieder zugreifen können. Für dieses Szenario würden sich zum Beispiel deutsche Staatsanleihen sehr gut eignen, da Deutschland das beste Bonitätsrating genießt und als sehr sicherer Zahler gilt. Als nächstes brauchen wir einen Broker, bei dem sich einzelne Anleihen kaufen lassen. Aktuell bieten Neobroker wie Trade to Public oder Scalable Capital noch keinen Zugang zum Anleihenmarkt. Die einzige Möglichkeit, die Neobroker anbieten, sind Anleihe-ETFs zu kaufen. Du benötigst dafür also eine sogenannte Vollbank wie die Consorsbank, die dir auch den Zugang zum Anleihenmarkt ermöglicht. In der Wertpapiersuche von der Consorsbank gibt es dann das Untermenü für die Anleihen. Hier können wir konkret nach einzelnen Anleihen suchen, die unseren Suchkriterien entsprechen. Also suchen wir als erstes nach den Anleihen der Bundesrepublik Deutschland. Und stellen als nächstes den Filter für die Fälligkeit auf maximal zwei Jahre ein. Wachte bei Anleihen auch immer die Währung, in der die Anleihen ausgegeben werden. Je nachdem, welche Anleihe du suchst, besteht dann eventuell noch ein Währungsrisiko, das du berücksichtigen musst. Das ist hier bei der deutschen Anleihe aber kein Problem, deswegen müssen wir hier den Filter auch nicht nochmal auf Euro einstellen. Da wir nun eine Anleihe suchen, die wir auf jeden Fall bis zum Laufzeitende halten wollen, ist für uns hier die Rendite entscheidend und nicht der Coupon-Zins. Denn durch die feste Laufzeit der Anleihe und der Rückzahlungsverpflichtung des Emittenten zum Nennwert der Anleihe, lässt sich die Rendite einer Anleihe bis zum Laufzeitende immer konkret bestimmen. Solltest du von vornherein also planen, die Anleihe bis zum Laufzeitende zu halten, spielen die Kursschwankungen einer Anleihe auch keine Rolle für dich. Die Kursschwankungen einer Anleihe wären erst dann interessant, solltest du die Option offen halten wollen, auch vor dem Laufzeitende die Anleihe an der Börse wieder verkaufen zu wollen. Da wir hier jetzt einen sehr kurzen Zeitraum ausgewählt haben und das Geld definitiv für den Immobilienkauf in ein bis zwei Jahren genutzt werden soll, fokussieren wir uns hier also nur auf die Rendite der Anleihen. Also geben wir hier in dem Filter nochmal ab 1% Rendite ein und sehen dann hier, dass unsere Auswahl schon auf 35 Anleihen reduziert wurde. Als nächstes suchen wir nun eine Anleihe, deren Laufzeitende im Fälligkeitszeitraum möglichst weit in der Zukunft liegt. Der Hintergrund ist der, dass wir nicht jetzt in fünf oder sechs Monaten schon wieder die nächste Anleihe suchen müssen und dann eventuell wieder erneut Orderkosten auf uns zukommen. Also sortieren wir hier bei der Fälligkeit einmal nach den Anleihen, die möglichst weit in der Zukunft liegen. Dann bekommen wir hier unten im Filter auch die Ergebnisse schon vorgeschlagen und da sehen wir, dass wir hier jetzt die Auswahl zwischen drei Anleihen haben, deren Fälligkeit sich ziemlich genau am Ende des Zeitraums, den ich hier oben gewählt habe, befindet. Hier sehe ich jetzt auch, dass die oberste Anleige mir eine Rendite von 3,115% verspricht, die ich garantiert zu dem Laufzeitende hier am 15.02. erhalten würde, wenn ich die Anleihe heute kaufen würde. Wir können dann hier auch einmal in die Anleihe reingehen und uns hier dann auch nochmal die Kennzahlen und Stammdaten der Anleihe anzeigen lassen. Hierbei sehen wir auch, dass es sich hierbei um eine Nullzinsanleihe handelt, die am 16.01.2015 von der Bundesrepublik Deutschland herausgegeben wurde, also zu einer Zeit, als die Bundesrepublik Deutschland noch Anleihen zu 0% herausgeben konnte und trotzdem Abnehmer dafür gefunden hat. Dass sich jetzt aber in den letzten Monaten das Zinsumfeld wieder deutlich geändert hat und neue Anleihen, die ausgegeben werden, auch wieder mit Zinsen ausgegeben werden, hat der Kurs der Anleihe hier entsprechend auch nachgegeben, um die Unattraktivität gegenüber den neuen Anleihen wieder auszugleichen. Da die Anleihe am Laufzeitende garantiert wieder zum Nennwert von der Bundesrepublik Deutschland zurückgezahlt wird, lässt sich schon heute die Rendite von 3,11% ermitteln. Und das war es eigentlich auch schon. Wenn du die Anleihe jetzt kaufen möchtest, kannst du hier oben auf Kaufen klicken und dann die Anleihe ganz normal wie bei Aktien auch kaufen. Alle Informationen zum Thema Staatsanleihen und wie man die am besten kaufen kann, findest du auch nochmal in unserem Artikel in der Videobeschreibung sowie einen Link zur Contos Bank mit 20 Euro Startguthaben.